Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Achtung, Achtung, bitte rechts ranfahren. Haben Sie keine Angst. Ich wollte mich nur bei euch für die Bewertungen des letzten Videos bedanken. Es hat doch gar nicht weh getan, oder? Also macht es doch hier genauso. Lasst ein paar positive Bewertungen da. Vielleicht auch ein paar nette Kommentare. Es tut wirklich nicht weh. Einfach nur ein kleiner Druck aufs Display oder auf die Maus. Je nachdem, wo ihr seid. So, ich habe schon mal die nächste Mission hier gestartet. Und zwar respektloses Verhalten. Ja, Mission klingt immer blöd. Der nächste Auftrag, wie man es auch immer nennen möchte. Es geht jetzt darum, Falschparker aufzuschreiben. Ist jetzt auch nicht der spannendste Job, glaube ich, für einen Polizisten. Aber wir sind ja erst Kadett. Also wir sind ja erst blutige Anfänger. Ja, und da müssen wir halt alles machen, was ansteht. Und wir haben ja auch aktuell noch keine Schusswaffe. Auch das muss man ja dazu sagen. Wir haben ja nur einen Taser. Ich war eigentlich schon dabei, eine andere Folge aufzunehmen. Allerdings war das Problem bei der Folge, dass irgendwie auf einmal nichts mehr ging. Nach circa 20 Minuten. Also ich konnte zwar noch hier rumlaufen, rumfahren. Beziehungsweise fahren konnte ich auch nicht mehr, weil ich nicht mehr ins Auto steigen konnte. Ich weiß nicht, wo dran es lag. Also ich konnte hier nicht mehr irgendwelche Dinge, ja, ich konnte keine Person ansprechen. Ich konnte nicht ins Auto steigen. Irgendwas, äh, da war irgendwie der Wurm drin. Daher war das mit der Folge leider nichts. Aber dann haben wir jetzt halt die zweite Folge. Wie gesagt, gerne unterstütze dieses Projekt weiter. Ich kann auch nochmal auf eine Frage eingehen. Oder beziehungsweise die Frage kam ein paar Mal bei Instagram. Hatte man mich gefragt, wie es denn jetzt aussehen würde mit dem Eurotruck Simulator, wenn ich den mal wieder zocke und livestream werde. Kann ich noch nicht ganz genau sagen. Also es wird auf jeden Fall noch Eurotruck geben. Das Problem ist, ich hänge hier jetzt mit, ja, demnächst fünf Projekten, die ich angehe. Sowohl dieses Spiel hier, dann natürlich Predator, was noch weiter, weiter bei mir, ja, laufen wird. Ähm, dann wollten der gute LP Gaming, MK, der Mike und ich, ähm, auch mit Freitag der 13. endlich mal durchstarten. Äh, The Last of Us 2 kommt ja auch noch. Und, also, das ist, äh, also, wie gesagt, ich muss gucken, wie ich da am besten vorankomme. Aber ich versuche natürlich, alle Spiele irgendwie zu bedienen und, ähm, so viel wie möglich zu machen. Aber seht es mir bitte nach, wenn es bei einigen Spielen mal ein bisschen länger dauert. Aber ich versuche auf jeden Fall schon täglich ein Let's Play hoch zu jagen für euch. Oder zumindest auch einen Stream zu machen. Aber arbeitstechnisch, ich arbeite sechs Tage die Woche, da ist das halt alles nicht ganz so einfach. Aber, ähm, ich versuche zumindest dann sonntags auf jeden Fall Livestreams, längere Livestreams auch zu machen. So, Verkehrsdienst. Ich patrouliere im Einsatzgebiet und halte Ausschau nach falsch parkenden Fahrzeugen, Autos, die auf öffentlichen Fußwegen parken oder auf Parkplätzen, die eine Berechtigung erfordern. Nähere dich dem Fahrzeug und integriere mit ihm. Du kannst Informationen zum Fahrzeug überprüfen und einen Strafzettel ausstellen. Deine Hauptaufgabe beim Verkehrsdienst ist, Knöllchen an Falschparker zu verteilen. Doch du kannst auch einen Abschleppwagen rufen, um sie abholen zu lassen. Du wirst womöglich auf Verkehrssender stoßen, die nicht zur Erfüllung deines Schichteinsatzes beitragen. Dennoch wirst du zusätzliche Punkte erhalten, wenn du mit ihnen dann angemessen verfährst. Bleibe wachsam und halte Ausschau nach Autos, die neben Hydranten abgestellt wurden oder ohne Parkschein auf dem Armaturenbrett an einer Parkuhr stehen. Alles klar. Es ist schon sehr, sehr geil umgesetzt, dieses Spiel, Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du während einer Patrouille Fahrer entdeckst, die ihre Blinker nicht benutzen, ohne Sicherheitsgurt fahren oder nachts ihre Lichter nicht einschalten, dann befehle ihn anzuhalten und stell ein Strafzettel aus. Geil. Geil. Also es ist ja wirklich so komplex, das Spiel. Also man kann hier so viele Dinge machen. Ist das hier eine Einbahnstraße? Äh, eine Verbotsstraße? Ne, alles gut. Wir sehen es ja unten auf der Karte auch. Ich bin jetzt in diesem blauen Bezirk, sag ich mal. Blau Bezirk heißt, das ist der Bezirk, wo wir uns halt um die Dinge kümmern. So, und da sehe ich auch schon ein Fahrzeug. Ich würde sagen, wir halten dann einfach mal hier an. Also, den lassen wir definitiv abschleppen, so wie der hier steht. Gar keine Frage. Vorher gucken wir uns das Ganze mal an. Wir überprüfen natürlich einmal den Halter. Marc-Nicholas, der hat auf jeden Fall schon mal eine saubere Weste soweit. Dann werden wir einen Strafzettel schreiben. So, und dann lassen wir den natürlich auch abschleppen, weil so wie der hier steht, ist natürlich auch cool mit dieser Parkkralle. Also, man hat nicht nur den Strafzettel, den man da an die Scheibe packt, sag ich mal. Sondern wir haben dann auch tatsächlich die Kralle vorne dran. Und den aber, wie gesagt, so wie der hier steht, in der Kurve und dann halb auf der Straße noch, den schleppen wir ab. Wir sehen auch vorne das Ticket, was wir da rangeklemmt haben. Also, das Spiel ist wirklich extrem geil umgesetzt. Also, das ist für mich ein absolut genialer Polizeisimulator. So, jetzt warten wir einfach mal noch auf den Abschlepper. Der müsste hier irgendwann kommen, eigentlich aus der Richtung. Dass man dann auch noch darauf achten kann, natürlich, ob die Leute Gort haben oder nicht, ist natürlich auch cool. Wir haben ja auch eine Radarpistole. Ich weiß gar nicht mehr, wenn wir die jetzt ausrüsten, ob das... Doch, das würde sogar auch funktionieren. So, den Auftrag verwerfen wir natürlich. So, jetzt kommt hier kein Auto oder was? Doch, da vorne. Wir können ja mal das Taxi da vorne mal messen. 18. Okay, fährt nicht zu schnell. Ist natürlich auch geil, dass man einfach so nebenbei auch mal hier seine Radarpistole ziehen kann und mal gucken kann. Oder kommt der Abschlepper? Und einfach mal gucken kann. So, wir werden aber zur Vorsicht das Ding in die Hand legen. Den Taser. Falls irgendwas ist. So. Ist das unser Abschlepper oder der, der da hinten kommt? Da kommt nämlich noch einer. Das ist unser Abschlepper. Also, es ist extrem cool umgesetzt, das Spiel. Wirklich extrem cool. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare hauen, was ihr von dem Spiel haltet. Also, ich finde es echt genial. Und selbst grafisch ist das Spiel wirklich nicht schlecht. So, ich spiele auch mit den höchsten Grafikeinstellungen. Das auch nochmal dazu. Klar ist es jetzt nicht so, ähm, grafisch nicht das absolute Meisterwerk. Aber das Spielleute kostet 15 Euro aktuell jetzt im Steam Store. Das ist natürlich gar nichts. So, ich glaube wir fahren einfach mal hier rein. Setzen mal den Blinker. Und ich kann euch auch gerne nochmal die Cockpitansicht zeigen. Die schon geil aussieht. Aber ich finde gerade Cockpitmäßig ist das Spiel noch, oder das Spiel, sag ich schon, das Auto noch schwieriger zu steuern. So. Auch wenn es cool aussieht. Aber wir fahren einfach mal mit der Außenansicht. Vor allem sehen wir natürlich auch ein bisschen mehr. Mal gucken, dass wir hier noch irgendwo ein paar Falschparker finden. Ist das da vorne eine Straße, der große Wagen, der da steht? Steht ja, ne? Oder steht er auf dem Gehweg? Ne, ist eine Straße, alles klar. Also die können hier wirklich überall stehen. Und man kann halt auch, ähm, wenn man aus dem Fahrzeug aussteigt natürlich, kann man auch zum Beispiel in Tankstellen reingehen oder in, äh, Cafés und so weiter und so fort. Man kann natürlich jedes beliebige Fahrzeug auch anhalten, jeden Bürger, der hier rumläuft. Man kann wirklich alles und jeden anhalten und kontrollieren. Und manchmal findet man dann da schon so ein paar, ähm, seltsame Dinge. So. Müssen wir mal gucken. Also es ist... Wir haben jetzt 20% für ein Fahrzeug bekommen. So. Es ist nicht ganz so einfach. Manchmal ist es wirklich ein absolutes Geduldsspiel, bis man hier dann... ...leute hat. So. Gucken wir mal weiter. Aktuell. Kein Falschparker hier. Aber irgendwo werden wir schon noch einen finden. Ähm. Ja, der gelbe Punkt markiert, glaube ich, soweit ich weiß, nur die... Oh, hier ist eine Einbahnstraße. Markiert, glaube ich, nur die, ähm... Ja, die zentrale Position unseres, ich sag jetzt mal, Subgebietes. Es ist wirklich nicht einfach. So, da hinten steht einer. Ich sehe einen, ich sehe einen. Wir fahren jetzt einfach mal hier über die Parkanlage. Ist mir auch egal. Aber wir müssen da irgendwie zusehen, dass wir da rüberkommen. So gut wie möglich. So. Und in den USA, wo wir uns ja befinden. Da fahren die teilweise ja sowieso, wie sie wollen. So. Dann gehen wir mal da rüber. Auch den werden wir definitiv abschleppen lassen, weil der hier... ...werklich bescheiden steht. So. Den Auftrag da oben werden wir natürlich auch erstmal ablehnen. So. Den Strafzettel haben wir schon mal. Klatsch. Der ist an der Scheibe. Dann überprüfen wir natürlich nochmal den Halter. Oder die Halterin, wie wir gerade sehen. Lillian Murphy. Und auch die Karre werden wir natürlich abschleppen lassen. So. Jetzt sehen wir aber zum Beispiel, dass... ...sich da aktuell nichts getan hat an unseren Prozent. Wir sind immer noch bei 20 Prozent. Das heißt, der Wagen gehört wahrscheinlich eher... ...wener zu den... ...so. Ich gucke gerade mal. Ob die angeschnallt sind da im Auto. Aber es sah gut aus. Also die gehören dann wohl eher weniger zu den... ...sach mal schnell. Ich will mal hier einmal gucken. Oh ne, so kann man den. Da grüßt man nur. So kann man den, glaube ich, anhalten. Anhalten. Jetzt müsste er eigentlich... ...anhalten. Tut er aber nicht. So, probieren wir es mal mit dem hier. Achso, das ist der Abschlepper. Entschuldigung. Gut. Also, der scheint schon mal... ...ähm... ...nicht dazu zu gehören. Zu unserer Aufgabe. Schade. Aber Punkte gibt es meistens ja trotzdem. Wir haben jetzt 810... ...860 haben wir jetzt von... ...1000 Punkten. Das heißt, wenn wir die 1000 voll haben, müssten wir eigentlich... ...wahrscheinlich im Rang aufsteigen. Gehe ich mal ganz stark von aus. So. Ja, Leute. Es ist nicht... ...es ist wirklich nicht so einfach. Hier. Guck mal, was haben wir denn hier Schönes? Also, das sollte ja wohl klappen jetzt. So. Dann wollen wir die Karre hier als erstes kontrollieren. Erstmal eine Halterabfrage. Nancy Olsen. Also, komischerweise hier. Viele Frauen, die hier parken, wie sie wollen. Dann den Schlafzettel. So. Jetzt sind wir im blauen Bezirk. Das müsste jetzt also auf jeden Fall Prozente geben. Jawohl. Jetzt sind wir bei 40. Abschleppen lassen werden wir den natürlich auch nochmal. Das Spiel... ...leute, es gefällt mir wirklich so extrem gut. Es ist so geil umgesetzt, weil man einfach so viele Dinge machen kann. Also, ich bin echt begeistert. So, wir nehmen einfach nochmal die... ...den Taser, die Laserpistole in die Hand. Zack. Kommt der hier angefahren? Nee, der steht, glaube ich, da hinten, ne? Ich abschlepper den. Der da hinten? Ich weiß gar nicht, ob der da steht oder was macht der da? Wir fahren da, glaube ich, mal hoch und gucken mal, was mit dem ist da hinten. Das kann auch sein, dass das eins der parkenden Fahrzeuge ist. Auch wenn es hier eine Einbahnstraße ist. Aber das Risiko geben wir jetzt einfach mal ein. Wir sind ja die Polizei. So, wir fahren nochmal hoch. Okay, der ist aber eh außerhalb des Gebietes. Aber es würde trotzdem Punkte geben. Und den müssen wir definitiv abschleppen lassen. Der steht ja komplett auf der Straße. Also, auch wenn der, wie gesagt, nicht zur Aufgabe gehört, weil er außerhalb der blauen Markierung ist, werden wir den trotzdem mal aufschreiben und abschleppen. Nee, die Frau steht. Okay, dann gucken wir mal, was hier Sache ist. Dann kontrollieren wir die Dame mal. Da sitzt jemand drin, ne? So, ähm, abtasten brauchen wir erstmal nicht. Strafzettel erstmal auch nicht schreiben. Wir prüfen mal ihre Informationen. Ich würde sagen, wir gucken einfach nur mal in den Kofferraum. Ähm. Klack, da hat sie ihn geöffnet. Das kann auch sein. Ich glaube, das ist die, die mir vorhin entgegen kamen, wo ich gesagt habe, die soll mal anhalten. Dass die erstmal hier in die ganze Ecke weitergefahren ist, bis sie angehalten ist. Einkaufs-Tascha und Baseballschläger. Was will die denn mit dem Baseballschläger? Naja, gut. Wir lassen sie einfach mal weiterfahren. So. Okay. Ähm, 0 von 7 Schuss. Was haben wir denn da in der Hand? Das ist ja der Taser, den wir da haben. Die Radarpistole nehmen wir in die Hand. So. Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal weiter, dass wir die passenden Fahrzeuge finden. Also, die könnten auf irgendwelchen markierten Parkplätzen stehen oder nicht. Parkplätze sind in dem Fall welche, die vielleicht abgesperrt sind. So, wir fahren hier einfach mal durch. Zack. Man kann sein Auto natürlich auch kaputt fahren. Das muss man auch mal dazu sagen. Also, es gibt ja auch ein relativ gutes Schadensmodell. Das ist mir in der Folge passiert, die ich, wie gesagt, nicht zu Ende machen konnte aufgrund des Fehlers. Ähm, da bin ich auch gegen, äh, ein anderes Fahrzeug gefahren. Aber mit richtiger Wucht, da hatte ich keine Windschutzscheibe mehr. Also, die war im Eimer. Und auch die Motorhaube war ganz schön eingedellt. Also, das funktioniert alles. So, was ist jetzt? Wir sind zu wenig weit rausgefahren, glaube ich. Wir müssen den hier mal wieder abbiegen. So. Dann drehen wir den mal rein. Dann drehen wir um. Man sieht aber auch oben das, äh, Blaulicht, Rotlicht. Das sieht ein bisschen abgenutzt aus. So. Der fährt hier ziemlich langsam, aber ist egal. Den lassen wir jetzt mal, wie er ist. So, wir sind ein bisschen aus dem Gebiet rausgefahren. Da müssen wir irgendwie wieder zurückfahren. Das müsste, glaube ich, klappen, wenn wir hier rüberfahren. So. Also, wie gesagt, es ist zum Teil, ist das Spiel wirklich ein Geduldsspiel. Weil es, boah, weil es nicht immer, alter, nicht so einfach ist, die Dinge wirklich zu finden. So, ich kenne hier mal weiter, dass wir das hier irgendwie über die Bühne bekommen. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel was. So, da haben wir schon mal einen. Und da hinten steht auch noch einer. Auf der anderen Seite. Dann kümmern wir uns erst mal um das Fahrzeug, würde ich sagen. Bevor wir dann zum nächsten rüber gehen. So. Keine Aufzeichnungen, okay. Das ist erst mal gut für ihn. Und dann schreiben wir natürlich erst mal einen Straftatel. So. So. Dann lassen wir den aber auch natürlich abschleppen. Okay, und dann gehen wir gleich mal rüber auf den, zu dem Fahrzeug da hinten, auf der linken Seite. Der muss definitiv nämlich auch weg. Aber erst mal den Abschlepper hier. Aber dann fahren wir direkt rüber. Wir sind ja faul, ne? Wir haben keine Lust, jetzt rüber zu laufen und wieder zurück zu laufen. So. Das wäre dann der nächste da vorne. Wir stellen uns jetzt erst mal hier vorne rauf. Ey, laufen wir nicht vor das Auto, Mädchen. So. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns erst mal um die Karre. Strafzettel auf jeden Fall. Müssen wir, glaube ich, dann bei 80 Prozent, glaube ich, gleich sein. Ich glaube, der gibt 20, genau. Dann überprüfen wir den. Okay, bei dem Fahrer ist soweit alles in Ordnung. Und auch den lassen wir natürlich absteppen. So, der andere, den sehen wir gerade, der hängt da schon am Haken. Sehr schön, der ist schon mal weg. Okay, das heißt, wir müssten jetzt noch einen Falschparker irgendwie finden. Dann hätten wir das hier auf jeden Fall. Ist der angeschnallt? Ich weiß nicht, bin mir gerade nicht sicher. So, anhalten, habe ich gesagt. Der ist angeschnallt, okay. Dann kann die Frau auch gerne weiterfahren. So, also, einen Falschparker müssen wir noch finden. Dann haben wir das auf jeden Fall geschafft. Und dann kann man eigentlich zum Schichtende springen. Oder man macht halt weiter und guckt einfach mal so durch die Gegend oder wartet, bis da irgendwelche Aufträge kommen. So, wir machen mal ein bisschen aufmerksam, damit wir hier mal vorankommen. So, da ist dicht. Da ist nichts, besser gesagt. Wir fahren ja einfach mal so rüber. Scheißegal. Hier sind die Polizei. Wir entscheiden, wo wir langfahren. So. Meine hatten wir jetzt natürlich Glück, dass wir da direkt zwei Falschparker hatten. An einer Stelle, mehr oder weniger. Jetzt aber noch einen zu finden. Das kann wirklich lange dauern. Das kann aber auch schnell gehen. Gucken wir mal mal. Da vorne sehe ich jetzt aktuell keinen. So, der wartet wegen dem Fußgänger. Also können wir fahren. So, dann fahren wir mal hier die Linkskurve. So, hier in dem Gebiet könnte sich noch einer befinden. Auf der linken Seite zumindest, wenn. Da steht auch schon einer. Damit haben wir das Ziel erreicht, würde ich mal sagen. Perfekt. So. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Strafzettel als erstes. Bin ich mal gespannt, ob das vielleicht sogar schon reicht, dass wir... Ja, wir sind aufgestiegen. P-Officer. Okay. Also wir sind jetzt auf jeden Fall P-Officer. Wofür das P jetzt steht, weiß ich im Moment nicht. Private Officer könnte sein. Keine Ahnung. So, abschleppen lassen werden wir den natürlich auch. So, und jetzt haben wir natürlich mehrere Möglichkeiten. Entweder fahren direkt zurück zur Wache oder wir... Ja, kümmern uns ja einfach noch um ein paar Sachen. Könnten auch warten, im Prinzip bis ein Funkspruch durchkommt für einen Auftrag. Wäre auch eine gute Alternative. Erstmal würde ich sagen, setzen wir uns auf jeden Fall ins Auto. So. Jetzt können wir zum Beispiel auch den Herrn hier am Laptop überprüfen. Kein Eintrag im Strafregister. Die Dame. Ebenfalls kein Eintrag. Okay, alle ohne Eintrag bisher. So, wir überprüfen jetzt einfach mal ein paar Fahrzeuge, die vorbeifahren. Das ist natürlich schon echt... Es ist echt cool gemacht. Das muss man schon ganz ehrlich sagen, Leute. Oh, hier ein Polizeifahrzeug. Selbst den haben wir übertragen. Übertragen, weil schon überprüft. So, jetzt müsste der Abschlepper kommen, den ich da höre. Genau. So, kommen wir überprüfen auch einfach mal. Auch alles in Ordnung. Morning. Okay. Kommt jetzt ein Funkspruch oder kommt keiner? Da haben wir schon wieder zwei laufende Personen. Kein Eintrag. Kein Eintrag. Okay, alle keine Einträge hier. Der Blaue da vorne. Auch kein Eintrag. So. Es kommt leider aktuell kein Funkspruch auf uns zu. Das ist ja meistens so. Aber sobald wir dann wieder gucken wir mal. Ja, gut. Hier dürften die Geschwindigkeiten eh nicht allzu hoch sein. Wenn überhaupt, dann stellen wir uns mal hier hin. Gucken wir, ob wir da irgendwo Fahrzeuge haben, die kommen. Irgendwo höre ich hier noch ein Flugzeug hier schon wieder. Ich muss auch echt sagen, die Stadt ist eigentlich auch relativ gut gelungen. Die Stadt sieht wirklich nicht schlecht aus. Kann man eigentlich auch die laufenden Personen messen. Okay, ne? Ne, das funktioniert nicht. So, jetzt haben wir, wie gesagt, kein Funkspruch auf uns. Das ist schon wieder einer unserer Kollegen, Streifenwagen. Gut, er ist aber schnell unterwegs. So, einmal grüßen hier. Na gut, dann würde ich sagen, dann, was zeigt er uns denn hier noch an? Respektloses Verhalten haben wir ja gemacht. Das ist alles fertig. Das heißt, wir könnten rein theoretisch zum Dings zurück, zum Polizeirevier. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir markieren das Polizeirevier einmal auf der Karte. Das ist hier. So, wir fahren einfach mal langsam in Richtung des Polizeireviers und warten einfach mal, was uns unterwegs noch erwartet. Es könnte ja sein, dass wir hier noch irgendwie etwas haben. Wir kontrollieren gleich einfach. Oh, es war eng. Oh, jetzt haben wir einen Funkspruch. So, was haben wir denn da? Untersuchen Sie einen Raubüberfall in einem Diner. Set öffnen. Diner überfallen. Apple Beach. Befragen Sie die Zeugen und untersuchen Sie den Tatort. Zentrale hier. Okay, das brauchen wir erstmal nicht lesen. Wir nehmen es an und dann würde ich sagen, fahren wir nochmal hin. So, ob der Täter jetzt noch da ist, das weiß ich natürlich nicht. Standtag glaube ich auch nichts. Verstärkung wurde zur Unterstützung der Ermittlung. Alle Zeugen, das wollen bereits. Okay, ich glaube, der ist nicht mehr da. Scheißegal. So. Auch die Kairi geht hier eigentlich recht gut. Die machen Platz, wenn wir hier mit Trompeten ankommen, hätte ich beinahe gesagt. Okay, und die Brücke hoch müssen wir, wenn ich das richtig sehe. So. Wir sehen ja auch die Zeit bis zum Ablauf dieser Mission. Ist jetzt noch 5,31. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Wäre ganz cool, weil wir jetzt noch nebenbei gerade aufgestiegen, gerade befördert und jetzt nochmal hier vielleicht den Pfeil knacken könnten, hätte ich beinahe gesagt. Das Einzige, was man wirklich sagen muss, das Auto ist wirklich nicht einfach zu steuern zum Teil. Gerade, wenn man schneller unterwegs ist, ist das Auto sehr schwammig. So. Wo ist denn das Ding ganz, ey? Alter. Komm schon. Wo ist das blöde Deiner? So. Schön am Strand hier. Das ist schon echt gut gelungen, auch diese Stadt und so. Also, wirklich, das Spiel ist absolut top. Ich weiß nicht, warum ich mir das nicht schon, oh, früher zugelegt habe. So, Tatortuntersuchung. Mit den Zeugen am Tatort, wähle im Kreis die Option zum Reden aus. Beginne deine Ermittlungen mit einem Dialog. Um deine Ermittlungen zum Erfolg zu führen, musst du nützliche Hinweise von den Zeugen sammeln, die du nur im Gespräch erhalten kannst. Zu Beginn deiner Ermittlungen hast du eine bestimmte Menge Ermittlungspunkte, die du je nachdem aus den Gesprächen gewonnen Erkenntnis verlierst oder dazu bekommst. Einige Zeugenaussagen sind definitiv weniger aufschlussreich als andere und werden dich Ermittlungspunkte kosten. Wenn du feststellst, dass ein bestimmter Zeuge nicht zu den Ermittlungen beiträgt, kannst du die Befragung abbrechen und dich einem anderen widmen. Immer wenn die Zeuge auf... Na, okay, so weit tut. Okay. Nachdem du jeden Zeugen befragt hast, musst du den Unfallort überprüfen und nach Beweisen suchen. Die Beweise können je nach Art des Verbrechens variieren. Du solltest nach Schleuderspuren... Na, okay. Wenn du alle nötigen Prozeduren am Tatort abgeschlossen hast, solltest du zum Polizeirevier zurückkehren und die gesammelten Beweise dem Labortechniker im forensischen Labor übergeben. Kriegen wir hin. Oh, hier ist das Ding. Also wir sind fast zu weit gefahren. Was heißt fast? Wir sind zu weit gefahren. Also wir stehen auch schon die anderen Kollegen. Okay, das blau-Richt und so lassen wir natürlich an. Moin Kollegen. Okay, da ist es deiner. Dann würde ich sagen, laufen wir da mal schnell hin. So, dann gucken wir uns mal an. 0 von 8 hinweisen. Okay, dann... Ich habe die Viertelung müssen vielleicht sogar in Steiner gleich. Okay, da haben wir schon mal zumindest eine Zeugin. So. Masken und Waffen. Okay, einige Warnschüsse. Das ganze Geld, okay. Jetzt haben wir die Briebtaschen, Schmuck und Handys. So, wir haben noch 13 Ermittlungspunkte. Okay, jetzt haben wir wieder 14. Blaue Overworlds. Okay, jetzt die Frage, was für ein Auto? Können Sie das Fahrzeug beschreiben? Okay. Okay. Na gut, wir haben noch 10 Ermittlungspunkte und wir haben die Hälfte der Hinweise. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Natürlich werden wir sie trotzdem einmal überprüfen. Alles in Ordnung. Habe ich auch nicht anders erwartet. So, gehen wir mal zur nächsten hier. Die schlöpft die ganze Zeit ihren Kaffee. Ähm... Okay, sie sagt blau. Die andere war sich ja nicht so sicher, ob das schwarz war oder nicht. Also, da geht mal vom blauen Van aus. Lost in Bay Nummernschild. Okay, kommt also hier aus der Stadt. Und getönte Scheiben. Okay. Komm schon, bitte. Ja, okay. Damit haben wir das schon mal soweit. Jetzt haben wir also 0 von 5 Beweise, die wir jetzt finden müssen. Gut, ich glaube, dann können wir das hier auf jeden Fall auch schon mal beenden. Jetzt brauchen wir ja nur noch in Anführungsstrichen die Beweise. Ich muss auch sagen, dass die Sprachausgabe auch sehr gut umgesetzt ist. Finde ich auch sehr geil. Also, das ist alles sehr gut gelungen, dieses Spiel. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Deiner rein. Und gucken mal. Oh, das... Hier läuft Elvis. So. Ah, guck mal. Okay, ein Beweis haben wir schon mal gefunden. Da hinten ist auch noch mal Blut. Da ist wieder unser Köfferchen. So, zweiter Beweis ist die Frage, kommen wir hier rein in diese Tür? Ne. So, dann gucken wir mal weiter. Kommen wir hier rein? Auch nicht. So. Gucken, dass wir hier gleich irgendwie hinter den Tresen kommen. Ah, guck mal, hier liegt noch was, sehe ich gerade. Bin mir fast vorbei gelaufen. Patronenhülsen. Ah, da vorne ist ich gerade noch was. Oder ist das nur eine runtergefallene Ketchupflasche hier vorne? Ne, da ist tatsächlich was. So. Der überbrieft da, die Fingerabdrücke. Okay, vier von fünf haben wir. Das läuft doch aktuell. Wollen wir mal gucken. Ob wir hier hinten noch was finden. Warte mal, da liegt noch was auf dem Boden. Vielleicht ist das das hier. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir erst mal hinter den Tresen. Hier scheint auch irgendwo noch was zu brutzeln. Hört sich zumindest so an. So. Gut. Hier sehe ich jetzt aktuell nichts weiter. Ich lasse mich hier nicht festhängen an dem letzten Auftrag, also dem letzten Teil. Oder oben ist ein Schussloch. Aber da können wir, glaube ich, nichts machen. So wie ich das sehe. Ups. Jetzt ziehe ich auch so in die. Ne, da können wir nichts machen. Dann laufen wir nochmal hier lang. Dann gucken wir mal auf der Rückseite hier. Ob hier vielleicht irgendwo was ist. Wenn wir hier rausgehen. Was ist das hier? Ne, das ist irgendwas anderes. Okay. Okay, hier muss irgendwo noch irgendwas sein. Na, da kommen wir jetzt natürlich nicht rum, um die Ecke. Dann müssen wir mal gucken, wo wir hier noch was finden. Also irgendwo muss hier noch ein Beweis sein. Wir haben auch nicht mehr allzu viel Zeit, um das abzuschließen. Jukebox geht auch nichts. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht draußen noch irgendwas ist. Wobei hier ist auch nichts. Ich hätte vielleicht gedacht, dass da... So, wo ist das letzte Beweisteil? Da ist das ganze Blut. Das hatten wir ja schon. Hm. Ja. Ein blödes... Beweisteil brauchen wir, Leute. Ein blödes Beweisteil. Und ich finde es einfach nicht. Also Schussloch da oben können wir nichts machen. Ein Schussloch. Also ich sehe hier nichts. Das nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Das geht ja also hier oben. Das Einschussloch funktioniert wirklich nichts, ne? Ne. Hm. Da geht auch nichts. Kann doch nicht eingehen. Hier muss doch irgendwo was sein. Was uns weiter... weiterbringt. Aber hier ist einfach nichts. Ach, Mann, Leute. Ich finde hier nichts. Wir brauchen einen blöden Beweis. Aber ich finde einfach nichts. Um meiner Decke ist auch nichts. Hier waren wir, wie gesagt. Im Fenster ist auch nichts. Ich habe keine Ahnung. Fällt mir heute auch noch mal nach draußen. Aber... Ich müsste jetzt auch nicht unbedingt... Deine Schicht ist vorbei. Ich schließe den aktuellen Einsatz ab und kehre dann. Ah, schade. Okay. Ja, schade. Haben wir das letzte leider nicht mehr geschafft, bevor die Schicht vorbei ist. Wobei, ach, wir können es noch zu Ende machen. Alles klar. Ich dachte, es wäre jetzt vorbei. Also, wir sind jetzt schon über unsere Schicht hinaus. Aber es tut mir leid. Ich finde einfach... Ich finde einfach... Ich finde einfach das letzte Puzzlestück, wie man so schön sagt. Finde ich einfach nicht. Hier draußen ist auch nichts. Ne. Warte mal hier vielleicht. Weil hier drinnen waren ja die Blutspuren, aber hier ist auch nichts. Ne. Tja, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es nicht. Das ist natürlich ärgerlich, weil wenn wir das jetzt schaffen würden, das wäre natürlich nochmal ordentlich Punkte, die wir bekommen würden. Die wir natürlich gut gebrauchen können. Aber ich finde hier einfach nichts. Ach, Leute. Es wäre zu schön, den Auftrag hier zu schaffen. Es gibt hier auch keine großartige Hilfe, ne. Ähm. Warte, das ist ja das Ding. Okay. Das andere wird uns ja eh nicht großartig angezeigt. Alle Zeugen müssen befragt und der Tat hat untersucht werden. Ja. Aber ich finde da drinnen nichts. Es muss irgendwas hier drinnen noch sein, aber wo ist es? Irgendwo. Irgendwo muss hier noch was sein. Was wir irgendwo übersehen haben. Irgendwo irgendwie. Irgendwann. Ich habe keine Ahnung. Guck mal, da oben ist eine Kamera. Da oben ist eine Kamera, aber da können wir auch aktuell nichts machen. Das Gute ist, die Kamera zeigt ihr hier rüber. Ähm. Ist die Frage. Die Mitarbeiterin will da nochmal fragen. Vielleicht hat man da die Möglichkeit, irgendwas mit kameratechnisch. Wir können mit der nichts mehr besprechen, was kameratechnisch eventuell fragen oder sowas. Ähm. Was mit ihm hier eigentlich? Arbeitet er auch zufällig hier? Ja, und es läuft auch leider die Zeit davon. Können sie mir überfass gemacht haben. Äh. Äh. Ja, wir haben ja schon mit der Dame gesprochen, die in der Laden hier gehört oder wo sie schon so lange arbeitet. Also ich hätte mir vorstellen können, dass irgendwas mit der Kamera zu tun hat. Weil die natürlich auch direkt da auf diesen Blutfleck gerichtet ist. Das Problem ist nur, ähm, mit der hatten wir ja schon. Ich glaube, da ist auch nichts mehr großartig möglich. Aber wir probieren es nochmal mit ihr. Na, okay. Da ist nichts. Ah, da hinten stehen zwei Leute, aber ich glaube, die bringen uns da auch nichts. Warte mal da. Was ist mit denen, die da bei den Polizisten stehen? Ja, und es läuft natürlich auch die Zeit davon. Der sieht aus, als wenn er da zum Laden noch gehört. Mit seiner Schürze. Nee, okay. Gut. Ja, dann müssen wir da einfach nochmal reinlaufen. Es bringt nichts. Ähm, Leute, es muss hier irgendwo noch was, irgendwo noch was sein. Wir kommen ja hier auch in kein Zimmer rein oder so, dass man sagen könnte, okay, ähm, da steht vielleicht der Computer, der mit der Kamera verbunden ist. Wie auch immer. Wie gesagt, in das Schussloch da oben können wir nichts machen. Es ist gerade ein bisschen ärgerlich. So, wir kommen hier auf jeden Fall nirgendwo in eine Tür rein. Ich hatte echt vermutet, dass hier hinten noch irgendwo was sein könnte, aber hier ist halt auch nichts. Ne, ich esse nirgendwo was. Auch der Ausgang hier hinten hat uns nichts beschert. Hm. Tja, was machen wir jetzt? Es ist so ärgerlich, weil es wirklich nur ein einziges, ein einziges Teil ist, was uns hier irgendwie fehlt. Ein einziges blödes Teil. So, hier hatten wir ja diese Beweise schon. Wie gesagt, ein einziges blödes Beweisteil. Oh, wie gesagt, die Kamera, die zeigt ja hier Richtung, aber... Ich hab keine Ahnung. Es ist ärgerlich. Es nervt mich gerade so dermaßen, dass wir einfach das letzte Stück nicht finden. Ach man, Leute. Ja, es bleibt uns nichts übrig, als den Tag einfach abzuschließen, weil es wird nichts. Wir werden es einfach nicht finden. Egal, was wir hier machen. Wir finden es nicht. So, wir haben den einen, mit dem haben wir dann auch noch nicht versucht zu sprechen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass... Dann bleibt uns vielleicht noch die beiden Herrschaften, die hier die ganze Zeit stehen, aber auch da, glaube ich, haben wir nichts. So, die Dame wahrscheinlich auch nicht. Ja, dann... Hier scheint ja auch nirgendwo mehr was zu sein. Ne. Da ist niemand. Ja, Leute. Das ist natürlich jetzt echt extrem schade, dass man hier jetzt auch nicht irgendwie so einen... Dass man hier auch keinen Hinweis jetzt irgendwie bekommt, wo das sein könnte oder so. Hier steht ja leider auch nichts, nur Mitschrift. Hier haben wir jetzt auch nichts, weil da steht natürlich der offizielle Einsatz, den wir hatten drinne, den wir Gott sei Dank abschließen konnten. Aber das Ding hier, das wird nichts. Also, wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, wo dran es gelegen hat, was ich vielleicht übersehen habe, wie auch immer, haut mir das gerne mal in die Kommentare. Vielleicht hat da von euch irgendwie einer eine Idee. Vielleicht hat das Spiel jemand von euch schon gezockt und hat den Einsatz hier auch schon mal gehabt. Und kann mir da irgendwie Näheres zu sagen. Was hier los ist. Aber ich persönlich, wie gesagt, habe hier... Keine Ahnung, ich bin am Ende mit meinen Latein. Das heißt, wir können diesen Auftrag leider nicht abschließen, was extrem ärgerlich ist, weil das, wie gesagt, ähm... Ja, ich glaube auch nicht, dass der hier hinten vielleicht raus ist und hier hoch oder keine Ahnung, kann ich mir auch nicht vorstellen. Da kommen wir auch gar nicht hoch. Ja. Dann, ähm... Müssen wir den Auftrag hier leider jetzt, so wie er ist, beenden. Weil ich, wie gesagt, nicht weiterkomme. Und viel Zeit haben wir ja eh nicht mehr. Wir sehen es oben, 1.6. Dann ist hier vorbei mit dem Auftrag. Jetzt kommen wir hier nicht hoch oder was? Doch. Ähm... Genau. Also wie gesagt, haut das gerne mal... ...in die Kommentare, wenn ihr eine Ahnung habt, was ich hier vielleicht übersehen habe. Vielleicht ist euch was aufgefallen. Wenn ihr das Spiel schon... ...gespielt habt und vielleicht, ähm... ...wisst, was hier fehlt. Also ich hätte echt vermutet, dass hier irgendwo hinter dem... ...hinter dem Tresen noch irgendwas ist. Aber, wie gesagt, das Einschussloch da oben definitiv nicht. Ja, es hilft nix. Leute, es hilft nix. Dann müssen wir das hier beenden, würde ich sagen. Da ist auch nix. Hier draußen ist, wie gesagt, auch nix mehr. Dann, ja, es ist echt ärgerlich. Aber okay, wir müssen es abbrechen. Es hilft einfach nix. Wir finden es einfach nicht. Wir finden den letzten Hinweis nicht. Gut, dann ist das so. Mal gucken, dass deine hat mittlerweile wieder geöffnet. Jetzt, äh, ich bin mal gespannt. Könnte man sich da jetzt rein theoretisch auch was kaufen, wenn man da reingeht? Ach so, okay. Na gut, wir haben einen Kaffee mit. Zack. Gut, dann, sag ich mal, fahren wir jetzt definitiv erstmal zurück ins Büro. Und, äh, wo ist denn das jetzt? North Beach. Wo ist das, ähm? Ach du Scheiße, da ganz unten. Da haben wir ja nochmal ein paar Meter vor uns. So, da fahren wir jetzt hin. Wo ist mein Auto? Da vorne. Ja, es ist ein bisschen ärgerlich. Also, gerne. Wie gesagt, haut es in die Kommentare, wenn ihr das Spiel gezockt habt. Wenn ihr wisst, was ich da eventuell übersehen habe. Wie auch immer. Ich finde es ein bisschen ärgerlich, weil es wirklich nur noch dieser eine Hinweis immer, der mir da gefehlt hat. Und dann hätte ich eigentlich nur noch, ähm, zurück in die Wache fahren müssen. Die Sachen zum Labor bringen müssen. Und das wäre es gewesen. So, da fang ich mich ein, zu weit gefahren. Bisschen ärgerlich. Aber gut, es ist, wie es ist. Wir fahren jetzt trotzdem zurück. Wir schließen diesen Tag ab. Guck mal, hier haben wir nochmal einen Falschparker. Den könnten wir auf jeden Fall nochmal, wenn wir schon hier sind, nochmal aufschreiben. So, den haben wir nochmal einen Strafzettel. Und wir abschleppen lassen, tun wir ihn jetzt nicht. Ich bin jetzt einfach mal zu gnädig. Ich schreibe den einfach nur auf. So, es gab immerhin auch nochmal 50 Erfahrungspunkte. Hätte ich beinahe gesagt, aber jetzt sind wir auf der falschen Seite eingestiegen. Aber rutscht drüber, alles klar. So. Wir haben jetzt 1150 Punkte. Bei 2,5 steigen wir wieder auf. Also wir sind mittlerweile P-Officer. Private Officer. Wird ich jetzt auch nochmal, wie gesagt, tippen auf das P. Wir sind also schon mal einmal aufgestiegen. So, wir machen mal Blaulicht an, damit wir hier relativ ungestört und schnell aufs Revier zurückkommen. Hat auch immer ein anderes Geräusch. Finde ich auch ganz cool. So. Ja, es ist ein bisschen, wie gesagt, es ist, wie ich es schon gesagt habe, manchmal ist es halt ein bisschen tricky. Es ist wirklich das, oh scheiße. Das war eigentlich wirklich das zu finden, was man sucht, was man braucht. Also ich bin echt davon ausgegangen, dass dieses Einschussloch an der Wand eventuell was damit noch zu tun hat. Oder die Kameras. Aber, wie wir gesehen haben, war es halt nicht der Fall. Aber gut, es ist jetzt, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Wir fahren jetzt zurück. Schließen den Tag ab. Wir enden damit dann auch die zweite Folge. Und lasst gerne eine Bewertung da. Und schaut vor allem auch in der nächsten Folge wieder rein. Es gibt auf jeden Fall noch viele, viele Folgen von mir zu diesem Spiel. Okay. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Die Polizeiwache. Ah, da sind schon vorbeigefahren. Ich wollte gerade sagen, hier hochfahren kann ja gar nicht sein. So. Ich habe vorhin auch mal geguckt. Also die anderen Fahrzeuge hier, die kriegen wir aktuell noch nicht. Die sind leider noch gesperrt. So. So. Das wollen wir hier mal perfekt hinten rechts ein paar erkennen. So. Das war doch gut. Okay. Also ab zur Wache. Den Tag beenden. Am Büro, im Büro, am PC. So rum. Habe ich jetzt gelandet? Achso, da war es richtig. Okay. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen. Das Büro war genau geradeaus durch. So. Mahlzeit, die Herren. Ja, wir haben ja unseren Tag schon extrem überzogen hier. Wir haben ja schon lange Feierabend. So. Dann melden wir uns mal an. Das passiert übrigens von alleine. Das muss ich hier nicht eintippen. Okay. Das haben wir im Briefing. Wir haben Verhalten 100%. Haben gute Erfahrung. Rang ist jetzt Officer auf Probe. Alles klar. Befördert zum Officer auf Probe. Das wird natürlich auch ein Akt, das zu verteidigen. Denke ich mal. Glückwunsch. Rang auf. Officer auf Probe. Perfekt. So. Gehen wir mal kurz auf die Map. Machen wir mal dieses komische Zeichen unten weg. Das nervt immer ein bisschen. Alles klar, Leute. Das soll es erstmal gewesen sein von mir. Lasst gerne eine Bewertung da. Seid beim nächsten Video wieder mit am Start. Guckt sonst gerne auch einfach mal in meinen, ja, auf meinem Kanal, in meine Playlists rein. Was euch da vielleicht sonst noch so gefällt. Es steht einiges noch auf dem Programm. Unter anderem dieses Spiel. Dann haben wir den Eurotruck Simulator. Der auf jeden Fall noch des Weiteren immer mal wieder folgen wird. Genauso wie natürlich auch Predator. Und auch schon demnächst The Last of Us 2. Und Freitag der 13. Also einiges steht an. Ich ballere euch voll mit Content. Soweit es geht. Aber jetzt sage ich erstmal, danke, dass ihr immer so fleißig mit am Start seid. Auch bei meinen Livestreams. Und ich würde sagen, wir sehen und wir hören uns. Tschüss, bis dann. Ahoi aus Hamburg. Euer Magimo.